Hallo zusammen, willkommen zurück zu Kotlin. Heute geht es um Buchstaben. Buchstaben sind was Tolles, denn der meiste Kram in unserer Sprache ist in Buchstaben. Deswegen sind Buchstaben vielleicht so das, was am anfassbarsten sind, auch wenn ihr Buchstaben deutlich seltener verwenden werdet als Zahlen, so wie Double oder Int. Aber ihr werdet sie in Form von Strings, also Zeichenketten, also wirklich ganze Wörter oder sowas, werdet ihr sie vielleicht häufiger in die Hand nehmen müssen. Okay, zunächst einmal, Buchstaben sind auch ein Datentyp, ganz normal, wie Int eben auch. Aber dieses Mal gibt es nur einen Datentyp, ich kann euch erleichtern. Anders als in anderen Sprachen sind Buchstaben keine Zahlen in Kotlin. Ihr könnt sie nicht so einfach ineinander umwandeln. Es geht und das werden wir als Übung machen, aber es ist keine direkte Variante. Heute werden wir das noch nicht mit Übung machen können, weil, ja, funktioniert leider noch nicht so ganz. Ähm, denn, ja, wir sind noch nicht so weit, wir brauchen noch ein paar andere Sachen davor. Okay, wir machen das Ganze jetzt mal hier als Variablen und sagen hier, war Buchstabe, beziehungsweise nein, war, wir bleiben im Englischen, war Character. Daher auch das Wort gleich vom Typ, Achtung, Char, was Kurzform für Character ist, ist gleich so. Und jetzt können wir hier diesen Buchstaben einen Wert zuweisen. Das machen wir, indem wir hier einen Anführungsstrich machen und dann zum Beispiel ein A oder sowas reinschreiben. Achtung, ganz wichtig, ihr solltet nicht, niemals diese Anführungsstrichen, oder was heißt, es sind eigentlich keine richtigen Anführungsstriche. Aber, ähm, wenn ihr mal kurz auf eure Tastatur bitte einen Blick habt. Es gibt mehrere Anführungsstriche hier. Ähm, wir machen jetzt hier erstmal ein Printline und geben unseren Character aus. Character. So, und, ups, ich hab mich vertippt, äh, das sollte man natürlich groß schreiben. Groß geschrieben, Char, sorry, ähm, aber Variablen sollte man eigentlich vorne immer klein anfangen, das ist so der Standard. Okay, wir geben das jetzt erstmal kurz aus und dann werfen wir einen Blick auf unsere Tastatur. Das heißt, hier steht das A. Wundervoll. Es gibt mehrere von diesen Anführungsstrichen, ja. Wir fangen mal mit dem auf der groß geschriebenen 2 an, okay. Ähm, das soll natürlich nur einmal dastehen. Wenn wir das hier für den Buchstaben verwenden, dann funktioniert das. Allerdings steht hier, es ist eigentlich keine Konvention, beziehungsweise das wird eigentlich für Zeichenketten verwendet. Das heißt, wenn ihr hier mehrere Buchstaben hinten dran habt, dann stimmt allerdings der Datentyp Char nicht mehr. Zu Strings werden wir wann anders mehr machen. Aber wir wollen heute eigentlich uns nur um Buchstaben kümmern. Das heißt, diese doppelten Anführungsstriche sind nicht das, was ihr für Buchstaben braucht, sondern für ganze Strings. Ja, ich weiß, das Wort ist witzig, haha, lacht einmal darüber, dann haben wir das hinter uns. Gut, danke. Ähm, für Buchstaben solltet ihr die einfachen Anführungsstriche verwenden. Und die findet ihr, wenn ihr Großschreibung und dann auf eurem Hashtag, also auf dem Teppichzeichen, Rauze-Hashtag, drauf drückt. Großschreiben allerdings, neben dem Ä, ja. Das sind die Anführungsstriche, die wir haben wollen. Manche Leute halten das, was ihr links von dem, ähm, vom Backspace findet, also von dem Löschzeichen, oder rechts vom Scharf-S, das da hier halten viele auch, oder auch das da, für Anführungsstriche. Das sind keine Anführungsstriche, das sind eigentlich Accents für die Leute, die Französisch haben, ähm, ganz nützlich hin und wieder mal. Zum Beispiel kann man dann sowas damit machen oder auch sowas. Ja, und es gibt auch in anderen Sprachen Accents, die sind einfach auf unserer Tastatur drauf, aber sie sind keine Anführungszeichen. Es ist der einzige richtige Anführungszeichen hier, ist der auf dem Großgeschriebenen Hashtag, okay. Das ist der, den ihr verwenden solltet. So, ähm, da wir das jetzt geklärt haben, haben wir hier eine Variable erstellt. Das heißt, wir können sie auch verändern und das wollen wir gleich mal ausprobieren. Character ist gleich, so. Und jetzt gibt es spezielle Buchstaben, ja. Ähm, wir haben hier zum Beispiel den Tabulator, äh, dazu mache ich hier mal ein Print daraus. Ihr wisst hoffentlich noch den Unterschied zwischen Print und Printline. Und hier mache ich ein Printline daraus und schreibe hier zum Beispiel Hello World nochmal rein. Und wir wissen, das H bei Hello World muss natürlich immer ausgegeben werden, ähm, groß geschrieben werden meine ich natürlich. Ähm, so, jetzt gibt es hier spezielle Zeichen und zwar, die will ich euch ganz kurz vorstellen. Es gibt das Backslash T, ja. Ähm, schauen wir uns mal ganz kurz an. Dieses Backslash hier, das, das ist trotzdem ein Zeichen. Das Backslash maskiert etwas. Das heißt, damit leitet ihr sozusagen ein spezielles Zeichen ein. Es wird hier kein T ausgegeben. Wenn ich jetzt hier das so ausführe, dann wird natürlich ein T ausgeführt, äh, ausgegeben. Wenn ich jetzt allerdings ein Backslash T mache, dann wird natürlich der Tabulator, ach komm, macht das immer. Dann wird der Tabulator verwendet. Das heißt, das ist quasi ein Tab, also rückt das das Ganze so ein bisschen ein. Ihr seht, das ist ein Zeichen hier. Okay. Auch ein, naja, nicht unbedingt ein spezielles Zeichen ist das Leerzeichen. Das kann man auch, ähm, schreiben, indem man einfach ein Leerzeichen macht. Das wird dann auch ausgegeben. Und, ähm, dann gibt es noch ein paar andere spezielle Zeichen. Zum Beispiel Backslash N steht für Neuzeile. Das sehen wir hier allerdings nicht. Wenn wir hochscrollen, dann sehen wir es. Also, am Anfang werdet ihr es nicht sehen, aber wenn ihr hochscrollt, seht ihr, da ist eine leere Zeile oben drüber. Und nein, wir haben kein Print Line ausgegeben, sondern nur ein Print, okay. Das ist wirklich dieses Zeichen hier, was eine Neuzeile einführt. Ich kann das auch hier reinschreiben, wenn ich möchte. Ähm, Backslash N wird mir dann auch übrigens schwarz markiert hier. Als Sonderzeichen. Dann sehen wir hier Hello Neuzeile World, okay. Also, Backslash N, das werdet ihr häufig brauchen, ist eine neue Zeile. Auch noch weitere Spezialzeichen sind zum Beispiel, wenn ihr jetzt diesen Anführungsstrich hier ausgeben wollt, als Buchstaben. Das geht natürlich. Allerdings könnt ihr schlecht hier innen drin sagen, ey, ich würde gerne meinen Buchstaben ausgeben. Ähm, weil, naja, das beendet quasi diesen Buchstaben hier und es steht nichts in den Buchstaben drin. Und hinten dran ist noch so ein komisches Anführungszeichen. Das funktioniert halt einfach nicht. Das sind drei. Woher soll der Compiler wissen, welches er jetzt davon ausgeben soll? Oder welches vielleicht für euren Code gedacht ist. Und deswegen auch hier wieder die Möglichkeit, ihr müsst das Ding maskieren mit einem Backslash. Und dann kann ich, ja doch. Warte, was? Na, keine Ahnung. Ähm, und dann kann ich auch hier sagen, okay, ich möchte meinen, ähm, meinen Anführungsstrich ausgeben. Also wirklich in diesen, in diese Zeile reinschreiben. Außerdem kann ich natürlich auch den Backslash maskieren. Das wäre dann ein Backslash, Backslash. Der wird mir dann einfach auch ausgegeben hier und, ähm, oder eben auch in meinen, als Buchstabe dann hier eingeführt. Ähm, weil ich muss ja auch eine Möglichkeit haben, den dann auszugeben. Wenn ich ihn immer zu maskieren verwende, irgendwie muss ich ihn ja auch ausgeben können. Natürlich gehen auch so Sachen wie Zahlen. Aber das ist ein Unterschied. Eine Null als Buchstabe ist eine andere Null wie die Zahl Null. Also das ist jetzt hier der Buchstabe Null. Während, ähm, wenn ich das jetzt als Int mache, hier zum Beispiel Null reinschreibe, das ist dann die Zahl Null. Okay, das ist ein Riesenunterschied. Mit Zahlen könnt ihr rechnen, mit Buchstaben nicht direkt, zumindest nicht ohne weiteres. Zum Rechnen werden wir aber auch noch ein Video machen. Ja, ähm, es gibt auch noch spezielle andere Zeichen. Die braucht ihr aber eigentlich quasi nie. Was ich euch aber auf jeden Fall auch noch mitgeben möchte, sind Unicode-Buchzeichen. Das geht auch. Und ja, man kann Unicode ausgeben. Unicode sind zum Beispiel Smileys oder irgendwelche Sonderzeichen, die nicht im normalen Alphabet drinstehen. Dazu müsst ihr ein Backslash U schreiben für Unicode. Und das sagt euch sozusagen, hey, jetzt fängt Unicode an. Wie gesagt, da gibt es einen ganzen Haufen. Googelt einfach mal nach Unicode-Tabelle. Da findet ihr dann alle Zeichen. Zum Beispiel könnt ihr hier sagen, ihr macht ein 1F44D. Und das sollte, glaube ich, passen, oder? Illegal Sequence, verdammt. Ja, okay, schade. Okay, es werden scheinbar nur vierstellige Zeichen hier erlaubt. Also die Unicode-Tabelle wächst und wächst und wächst und wächst. In diesem Fall habt ihr leider nur die Möglichkeit, bis zu vier Stellen zu gehen. Also die Smileys sind teilweise noch nicht alle drin. Aber 0A09 zum Beispiel wäre drin. Das heißt, ihr könnt das ausgeben lassen und habt dann, ja gut, es wird nicht richtig dargestellt in der Konsole. Manche Konsolen können das, manche können es nicht. Die hier kann es offensichtlich nicht. Also so könntet ihr theoretisch noch ganz spezielle Spezialzeichen eingeben, wenn ihr das wollt. Ja, und damit sind wir eigentlich schon am Ende von den Buchstaben. Nächstes Mal soll es dann entweder um Rechnen oder um Strings gehen. Mal gucken, wie ich das mache. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.